Der wird aufschauen, wenn ich ihn aufhöre. Wir haben einen Becher! Sie haben alles aufgeräumt! Oh Gott! Ich wollte nicht ohne Herrn Silton gehen. Äh... Herr Silton sagte, wir sollten aufgeräumt. Ich dachte, es wäre besser, den anderen Weg zu gehen. Ah... Das ist nicht Dauerstrom! Warum nehme ich denn nicht den ganzen Müll mit? Weil es mich zu im Wahnsinn treiben wird. Ich bin jetzt zurück hier. Ja, bist du, spinnst du. Die Pile von Junk waren alle in den Räumen. Ich glaube, es war ein guter Deterent gegen Thieves. Alter! Ja! Und ich darf die Toilette mit aufsammeln, das ist schön. Oh Gott, was ist das? Lasers. Wie kommen normale Menschen hier durch? Das war der Käfer. Sehr klar. Schön, dass ihr mich immer daran erinnert, wo ich jetzt wirklich unten habe. Warum machst du sowas in deiner Hohne? Ja, immer sowas. Warum machst du sowas in deiner Hohne? Nein. Kannst du sowas? Das ist sicher. Wieso? 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 Oh! Ich bin nicht mehr. Ahem. Oh! 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 Oh, oh! 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 Erst durchgehen, dann nachgucken. Gut. Und um. Oh! 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 allen müll aufgeräumt jetzt kann ich durch noch fragen außerhalb ich habe ich das geschafft tausend schlüssel muss man i didn't know which key i should take so i took all of them so 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 Lass mich das besondere Müll kommen. Okay, so wird das nix. Okay, ich muss wirklich zurückgehen. Na meinetwegen, ich hab ja die Gravityschuhe, da komm ich hier, gut vorbei. Okay. Äh, nicht gut. Okay, ich hab ja die Gravityschuhe. 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 Okay, wie hab ich das gerade geschafft auf dem... Wenn ich jetzt so laufe, dann laufe ich dann auch wieder durch. Okay, ich hab ja die Gravityschuhe. Okay, wieder rennen durch. Jetzt habe ich den ganzen schönen Weg wieder zu. Hat keiner gesehen? Ich bin mit aufgeräumend. Ähm, so, hier muss ich landen. Ich bin mit aufgeräumend. Ich bin mit aufgeräumend. Ich bin mit aufgeräumend. Okay, ich bin mit aufgeräumend. So, jetzt gibt es hier wieder neuen Müll zu sammeln. Ich bin mir gespannt, wer jetzt wen erschossen hat. Und wie ich das verraten mitkriege. Und warum ich immer noch jeden Stück Müll auf sammle und wir sind bei 76.000, was das hier immer interessiert. Irgendwann habe ich die Millionen voll. Noch mehr komische Fallen. Hier komisch Fallen. Ops. Jetzt bin ich sogar zu blöd, die erste Zeit nicht zu machen. Weshalb es jetzt mal so geschah hat. Oh, gut, dass du da bist. Schlecht, dass ich dich gleich vermissen habe. Okay, einmal kurz Pause machen, es verstehe ich jetzt schon, läuft das. Wie blöd. Kurz vor mir, den noch zu verwirssen. Ja, diesmal hatte ich mal ein Schutzschild ja dabei, da kann ja nichts passieren. Oh, ich muss jetzt. Ich wusste nicht, was ich was zu tun, wenn ich den alten Mann hatte. Aber ich wusste, dass ich ihn muss. Okay, wir lassen uns auf. Wenn jemand zu schlafen, meine Freunde zu schlafen, würde ich sie bezahlen. Check to West. Wieso hat sie ihn jetzt zerrissen? Entschuldigung, wenn ich eine Taste drücke, macht er anscheinend Pause. Wieso hat sie ihn jetzt zerrissen? Ich denke, du nimmst die nur die Waffe aus der Hand und plötzlich fällt er auseinander. Schön, dass der Kasten so passt. Schön jetzt die Schwarz-Weiß-Fahrt, weil er sich Vorwürfe macht, weil er den Menschen ja gerade getötet hat. Eigentlich auch geil. Er ist die Pixel-Welt und jetzt auf einmal hier 3D. und äh... Ja, auf in den Tunnel! Der Ton geht jetzt wieder weg oder ist das wirklich nur so? Ja! 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 Okay, A, B, links, rechts. Und... Ja. Okay, ähm... Wie viel zusammen ein Lied? Meine Damen und Herren, der Verkacker. Wie viel zusammen ein Lied? 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 Ja, geht so. Obwohl wir das ja nicht, dass… Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und jetzt wird irgendwer operiert, oder was? Glaube! Das Wort zu dem Mann ist ein Wort, das nicht in meinem Dictionary-File. Es sollte zwischen Cunningham und Kup sein. Ich sagte Mr. Silton, um zu finden, die anderen zu finden. Aber er sagte, dass es noch etwas mehr wichtig ist. Mr. Silton erklärt, dass es ein guter Idee, dass Mr. Logan, aus der Prise zu früh, und dass das nicht ein Parole-Bord sein würde, sondern ein Dynamite. Ok. If nothing else, new games consoles must be out. Be careful, said Mrs. Silton, because it's wild, rob any post offices, and don't get shot. Oh, don't get shot. And they did that in the film. But there was no time to worry, as Mr. Silton pressed a walkie-talkie into my hand and said, good luck. Yeah, a fighter friend and a shadow, only when the sun shines. From Benjamin Franklin, they are. Okay, I'll look at it again. Hey, honey, move it up. Okay. ich habe ja nichts mehr Ah, timey. Okay.